Willkommen zurück zu Control. Er hat euch hier erlaubt, hier rein zu schreddern. So, wir suchen immer noch die Molds oder Familienmolds. Jetzt sind wir aber hier wieder in der zentralen Forschung, deswegen gehe ich davon aus, das zählt hier nicht, aber wir können ja mal, oh nein, wir können ja mal hier gucken, das hatten wir gelöst, die gammelt noch nichts vor sich hin. Und hier auch nicht. Ritualabteilung wollte, oh, stopp, das zählt wahrscheinlich schon zur Ritualabteilung. Das heißt, wir müssen drumherum auch die Gebiete ein bisschen abgrasen. Da irgendwas schimmelt. Hier ist nix. Von hier gehen keine Gänge weg. Hier geht es irgendwo zum Aschenbecherlabyrinth, aber mehr auch nicht. Menno! Was kommt denn hier noch? Da geht es Richtung Parapsychologie. Da bin ich ja vorhin durch. Äh, wow! What? Was war denn das? Ohohoho! Das ist mir erst mal direkt zum Fahrstuhl gebeamt. Oh, ist das auch wieder so? Nein. Okay. Wahrscheinlich nur, wenn es aussieht wie ein Durchgang. So, was gibt es denn hier noch an, das ist Parapsychologie, an Nebengängen. Da war ich drin. Ist das Shitter? Ja. Kann ich mal aufhören. Ich versuche hier gerade... Ich versuche hier gerade... rauszufinden... wo hier noch gemoldet wird. Ah, hier könnte noch gemoldet werden. Ihr macht jetzt was ihr wollt. Nicht so moldy. Kaverme. Ich versuche hier." Ich versuche hier noch einen Schuss. Aufhören, ihr Säcke! So, Ritualabteilung haben wir noch nicht erledigt, aber da können wir jetzt hier schnell reisen. Oh, wow, sechs Fähigkeitenpunkte. Was ist das? Machen wir erst mal das übernehmen. Ab und zu benutze ich das ja mal. Ich sehe schon, wir kriegen es hin, dass sie komplett gelevelt ist. So, wir wollten wohin? Ritualabteilung. Ich hätte jetzt fast gesagt, dass es nicht so eine coole Nebenmission ist, aber die Nebenmissionen sind relativ abwechslungsreich, deswegen sage ich doch, passt. So, hier ist Moldy. Als Hausmeister müssen wir natürlich das Gebäude kontrollieren. Oh, lieb! Oh, lieb! Schon wieder alles voll hier. Fünf ist gut. Ich glaube, das meiste davon können wir einfach platt hier. Das haben wir dreimal. hier. Weg. Nein, den behalten wir. Weg. Und weg. Ah. Waffen-Mods. Ach du meine Güte. Alles klar. Fehlt uns jetzt... Das war Ritualabteilung. In der Schutzforschung, da standen Zivilisten oder was heißt Zivilisten, andere Agenten rum. Da glaube ich nicht, dass da was war. Wo könnte der Mold noch hin sein? Hier in dem Forum vielleicht. Ach ne, das war gar nicht die Schutzforschung vorhin noch. Ist nix. Moldy. Hm. Ach doch, hier standen ja Leute rum. Die Marshal ist nicht da. Wundert mich, dass die uns keine einzige Nebenmission gegeben hat. Oder hat sie? Vielleicht am Anfang? Keine Ahnung. Okay. Wo ist noch Mold? Oder Fungus. Okay, ich hab... Ne, ich muss was testen. Ha! Jetzt hätte ich's geahnt. Steht hier ne Kiste rum. Ich glaube, die mit dem schwarzen Deckel haben die coolsten Sachen drin. Ähm... So. Nur eine... Gemein, aber okay. Funktioniert. So. Wir sind schnell gereist. Das heißt, wir gucken hier mal kurz... Da waren wir vorhin drin. Das ist ein bisschen dämlich gemacht. Dass man... Hier ist noch zu. Ah, hier vielleicht. Ist ein bisschen doof gemacht, dass man da nicht etwas genauere... Ja, hier auf jeden Fall. Etwas genauere Hinweise kriegt. Na, sitzt doch da oben in der Ecke. Kann ich doch schon ahnen. Hallöchen. Und hepp. So. Dann nur noch zentrale Forschung. Das wird jetzt, glaube ich, gar nicht so einfach rauszufinden. Wo genau in der zentralen Forschung? Wir sind auf jeden Fall überlevelt für die Moldviecher. Luck and Probability haben wir gemacht. Hier geht's noch hoch. Hier waren wir auch. Oh, Moldie! I see you. Wie komm ich da hin? Hier. Jetzt lassen wir doch mal kurz... ... und rower hier. Wir müssen zu dem Mold. Wir müssen uns aufhören. Wir müssen uns aufhören. Also. Geht doch. Aber jetzt muss ich trotzdem noch... ... ganz kurz. Ha! Dachte ich mir es. Okay, den versteckten Ort findet jeder, wenn er die Mission macht. Ich hätte den auch nicht gefunden. Weil das fällt halt überhaupt nicht auf. Der Kontrollpunkt muss hier in der Nähe sein. Was ist das für ein Bild? Was ist das für ein Bild? Ne. Okay, okay, okay. Okay. Jetzt mal alles demolieren. Aber das hätte ich auch nicht gefunden. Ohne die Mission. Ich will den Anzug noch haben. Ich weiß bloß nicht, wofür man den kriegt. Hat er nur beim Hausmeister... ... geahnt, dass man... ... den kriegt, wenn man alle Missionen macht. Und den gelben habe ich nachgeschaut... ... wo man den kriegt. Können die mal aufhören zu singen? Was geht mit denen? Oh, ja. Zwei Punkte. Verlasse. So, Missionen. Missionen, jetzt. Wir haben theoretisch nur noch den finnischen Tango. Holy crap. Suche in der Abteilung für die Dimensionsforschung nach dem Projektor. Da müssen wir jetzt... ... fancy durch das Labyrinth. Da müssen wir durch das Labyrinth. Da waren wir, glaube ich, schon mal zwischendrin und kamen nicht weiter. Nur für den Fall, dass wir da noch mal runter müssen. Können wir auch hochdashen? Ne, nur zur Seite. Na, hoch da. Danke. Zum Kontrollpunkt. Besser? Was ist jetzt... Weil ich dachte mir, ich könnte auch einfach hier... ... zur Geschäftsleitung... ... zurück. Und da noch mal kurz vorbeischauen. Ob hier noch irgendwas abgeht, vielleicht kann ich mit Dylan oder so nochmals sprechen. Gucken wir noch mal... ... ey... ... noch mal ganz kurz. Fähigkeiten haben wir nämlich drei. Helmet. So. Outfits. Haben wir keinen bekommen. Okay. Mein Pre-Order-Ding ist immer noch weg. So. Sie hat nichts. Vielleicht hat der Dylan irgendwas zu meckern. Eher nicht. Hier hängt auch ein Bild. Hier können wir nicht laschen oder fliegen oder sonst was. So. Schnellreise. Das Labyrinth war irgendwo hier. Wie kommen wir da hin? Irgendwo von der zentralen Forschung aus wahrscheinlich. Die Ritualabteilung sieht nicht aus, als hätte sie eine Anbindung. Gucken wir mal, ob wir den Weg noch mal finden. Noch mal einen Schluck Kaffee. So grob in die Richtung, in die ich schaue. Schnellreise. Wahrscheinlich da hinten lang. Ja. Instant gefunden. Sehr gut. Eat to me. Jesse Faden. Das coole ist, wir könnten ja theoretisch jetzt auch hier rumfliegen. Was mich ein bisschen wundert. Das ist keine... Moment. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf. Irgendwo gab es doch eins mit zerbrochener... Also so eine zerbrochene Schneise irgendwie. Egal. So. Oh, Polaris. Aha. Okay. Das kriegen wir hin. Belüftungssystem war das, glaube ich. Aber der ist doch... Ne, der... Er war noch da. Nachdem wir die Mach-mal-Pause-Mission gemacht haben, war er noch da. Das heißt, er ist theoretisch noch nicht im Urlaub. Das ist so cool mit dem rüber-dashen. Mal nicht rennen. Oh, come on. Uh, geil. In ein Bild reingehen, bitte. Now this boy left, said the son of Anikidat. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Holiday Homes. Holiday Homes. Ach, hier ist jetzt die Tür. Cool. Karte. Da ist noch was auf der Karte theoretisch. Oh, geil. Das hätte man vorher auch nicht unbedingt gesehen. Was zur Hölle wollt ihr hier? Nicht wegrennen. Das sieht aus wie so eine Sonne. Ah, hier kommen wir... Hier kamen wir nie rein. Oder nicht durch. Okay. Da kommen wir von der anderen Seite ran. Bestimmt vom Verbrennungsofen. Da ist das mit der Brücke zu ähnlich. Zumindest. Moment. Haha. Dann ist das doch nicht verbraucht. Schon wieder voll. Persönliche Mods sind auch schon wieder voll. Nein. Alte Taste. Zwei brauchen wir nicht. Drei brauchen wir nicht. Da haben wir auch schon wieder mehrere. So. Passler zwei. Was haben wir hier noch? Drei. Zwei. Ach. Jetzt können wir... Hier. Was ist hier? Ah, hier ist Blockhütte. Du brauchst Urlaub. Warum nicht zur Blockhütte fahren? Das ist cool. So. So. Haben wir... Ja, okay. So. Jetzt. Weil jetzt können wir hier aufmachen. Tadaaa! So. Und jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Runter? Kühlpumpen. Habe ich denn den Ausgang übers... Shit. Da kommen wir nicht zurück. Hier geht auch nicht auf. Ah. Hier geht auf. Das ist... Das ist interessant. So. Wo sind wir jetzt? Hier waren wir auch noch nicht. Wie es aussieht. Oder? Nee, nicht wirklich. Na, Radio ist nicht so wild. Das hier. Lesen. Lesestoff. Der Hochofen. Warum dürfen wir darin keine veralteten Papiere verbrennen? Es erscheint mir... Verschwendung eines absolut guten Feuers zu sein. Ich will nur ein bisschen Geld und eine Menge Aufwand sparen. Das gefällt Anzugtypen doch normalerweise, oder? Womit wird der Hochofen denn befeuert? Und wer ist überhaupt dafür verantwortlich? Er ist immer an, aber ich sehe niemanden, der sich darum kümmert. Und das Geräusch, das er macht, ist das nicht ein wenig... Ich weiß nicht. Unnatürlich? Ich meine, ich kann doch nicht der Einzige sein, der dieses komische Keuchen oder was das ist hört. Jemand sollte sich das Ding mal ansehen. Es ist vielleicht an der Zeit, ihn zu ersetzen. Dann habe ich schon eine Ahnung, wo wir gleich rauskommen. Könnten. Oh nein. Moldi. Oh crap. Was zur Hölle? Triple Kill. Double Kill. Double Kill? Stop. Genug? Genug. Oh. Jesus. Ah, die fallen nicht freiwillig... Will ich runter was zur Hölle? Oh. 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 Don't do it. Oh. Die waren doch vorher noch nicht da. Oh. Hol ich mir das Leben? Oh. Oh. Catch. Catch. Ich hole mal das Leben erst mal nicht. Alter Schwede. Was ist das denn an Beleuchtung hier? Ich war hier definitiv schon oben und dachte noch, dass wir irgendwann mal hierher kommen. Wow, cool. Ocean View Motel. Fancy. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Der Weg hierhin war schon fancy genug. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Macht's gut. Ciao.